Du musst nach China gehen, wenn du eine Chance hast. Ja Long Van Böhrmann, senior, ad locum. Sie können den romantischen Stil Südostasiens erleben. Ich habe hier ein Zimmer gebucht. In eine luxuriöse Pool-Villa. Das Zimmer ist vom Wohnzimmer getrennt. An der Tür des Zimmers befindet sich ein großer Swimmingpool. Sehr privat, perfekt für Urlaub. Fünf Minuten zu Fuß von der Hotellobby zum Strand. Ich trete hier am Strand, in der Sonne gebadet, es ist so angenehm. Die Gartenlandschaft ist wunderschön und reich. Der ganze Garten ist mehr wie ein tropischer Rebenwaldgarten. Ein so unverwechselbares Hotel zu sehen. Bist du aufgeregt?